willkommen mein name ist danni bro jetzt werden wir noch mehr gebiete befreit aber ich muss sagen wir gehen erst mal hier rein dies ist ein geheimnis als ein einzelner bruno sein was geschickt überwindet die feindliche verteidigung eliminiert ihren anführer können wir machen okay das machen wir ich habe den nächsten geheimnis dass man auch direkt danach machen weil ich glaube wir schalten dann irgendwie sachen hier für dings frei sein und story modus hier im sprinten richtung doppelt hätten muss ich gar nicht ok ich habe es nicht hinbekommen denken sie so da geht es auch immer zum retten ja doch okay klappt ich weiß gar nicht was du hast nicht schießen komm erst mal rüber ich hab gar nichts gedrückt nicht schießen hast du wir eigentlich nur alle wir sind amerikaner wir müssen jetzt schon ich glaube da war ein bisschen drastisch ich will nicht damit ich will nicht darauf eindeutend aber wenn ich darauf an dass alle amerikaner schießwürdig ja wie kommt ihr kommt darüber kaputt macht ich habe ich habe einfach nur geschossen ich wollte einfach schießen ja ja ich glaube wir sollten aber unten los da wurden kann man auch durchgehen doch was auch was hat irgendwo hier ja 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 auf dicht geguckt dafür im moment lang gedacht ich werde du ja ich bin ich glaube da müssen wir schon voll rennen da kommt jetzt konzentration ja ich will diese aber wir müssen durchgehend dadurch bände ok ok also wenn das ding kaputt ist bis man einfach nur rennen also nicht schießen jetzt nicht jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr nein jetzt nicht mehr kann ich da zurück gerne jetzt wieder weiter nicht mehr 3, 2, 1 3, 2, 1 was we got man was wird 1 2 1 1 2 2 1 1 1 die doch gar nicht soweit aus eigentlich eigentlich nicht aber bringen wir fängsten dann wird man ja ok aber irgendwie verbaut als wir irgendwie kaputt gemacht haben aber das sieht aber voll machbar aus eigentlich ja da macht noch mehr kaputt ist auch voll machbar irgendwie ja einfach nach rechts aber recht so bist du ja plattform meister ich verstehe man muss es mit dem schwung machen ok ok muss man muss am moment da muss auch du brauchst das momentum ja brauchst das moment ok muss danach noch springen ja so sollte man tun ja dann ignorieren von springer durch ich hoffe noch nicht mal den sprung ich schaffe den gar nicht wenn der landes zu sagen auch noch mal zweimal nach rechts rücken ja mache ich weil du sagst da schon irgendwie ich habe da gar nicht ja du machst den boden kaputt ja ich kriege da gar nicht hin ich wusste so weit da hoch geht einfach durch rennen ich bin einfach nur durch gerannt ich glaube man muss gar nicht man kann schon da oben rennen glaube ich ja ich schaffe den sprung wie oft müsste er noch sterben bros alter wird so schnell ja und jetzt und sehen als plattform benutzen aber ich wollte ich den bod weg sprengen ich komme ich rutsche immer ab dann bist du aber auch nicht da musst du verdienen die schiebt das ist die holte ja die würde ich aufrecken werden ich hoffe mal an die vorbei ein sprengenden boden da irgendwie weg aber ja das ist das mein plan gewesen das leben er bringt auch so viel ich habe das leben hier noch weiter bringt irgendwie da muss auch durchrennen durch die einfach durch wenn die ganze zeit genauso wenn ich nur den zweiten sprung erschaffen die kamera der typ klingt voll frustriert das kronen der barbarian wir machen wir direkt auch die erne ist ein geheimersatz macbrow weiß tief hinter den feindlichen dienen auf einer mission zur naja ermordung des anführers des terroristen passiert halt ja kann passieren es war mcbrower spielen es war aussprechen die bild kürzlich ich glaube ich komme da brauche ich keine truten bomben einsetzen konnte noch gar keine ich schnippte gerne wir haben eine amerikanische frage ich dachte die ganze uns die bürger uns glaube ich nicht ich habe ich habe ich habe was oh gott was hat nein wir sind das hier sind wir überall explosionen jetzt so natürlich der welt mir sagt mir nicht der fängt an zu schießen so weit dadurch ich habe den großen erleichter andere ist keine gefahr mehr ja ouch wassit hier we've probably fans oh so kann jetzt mal dieser eigene schuss ja okay der haare und schützen ist vorbei jetzt kann ich nur noch aber ich bin tot ja ich glaube ob es gleich sicher an jetzt manchmal wir mal nachkampen gefällt aber ich nicht kaputt man ich wollte gar nicht also die brauche ich war mir vollfahrt sogar gestorben wir kriegen das hin da ist nicht so schwer gibt es sich auch doch nicht ich habe einfach durch nicht ja blatt ah gott stelle mal jemand den hund weiß nicht wie auf der deutschheit schaut doch ab jetzt habe ich aus dem film nein du kannst ihn auch damit anbringen ja checkpoint ich habe schon gesehen er lebt noch da gibt es nicht da kommen wir näher wie überlebe ich das hier ganz ich weiß nicht was diese ganzen sachen sind ich auch nicht jemand items irgendwie und bestätigte brüchte von mvw in europäen rechtfertigen ein präventiv schlag erkennt eure aufgabe sie mir sagen ist der präsident du eigentlich mit dem controller mit dem also mit den dpa mit dem stick mit dem stick ich glaube schweige das arme schweigen wir haben wir sau ich habe leute wiederbelebt die helfen uns unsere kleinen lecker ein typ von der klippe geworfen auch nicht getötet was irgendwie der explosion von verursacht ich wollte sagen ich kann ich runter folglich gerade sagen er ist in der luft das position nochmal irgendwann habe ich den ein erreicht steigt voll auf dem deckel wieder ganz wiederbeleben wie dann also ich habe es mit y gemacht also wieder wird das schon reifen das schwein ok ich habe ein elektroschocker als naher kampagne deswegen ja schießt sich amerika an kämpfe für amerika hier schließlich amerikaner er hat erst mal amerika angeschlossen dann habe ich den sein aus kaputt gemacht ja 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 Oh 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 Nein, fach! Nein, du hubschrauber! Ich hab keine! Okay, da war ich. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, was hier abging. Das ist nicht das erste Mal, was passiert. Deswegen haben wir einen zweiten Upschrauber geschickt. Yeah! Wir verstehen, dass das manchmal passieren kann. Genau! Runtergefallen! Was haben wir jetzt? Okay, dann hat mich so... Ich nutze Taktik und Strategie, würde ich jetzt sagen. Soll ich das extrovertiert? Also, das hat ja nur ein Erfolg sein. Oh, das ist gut! Oh, das ist gut! Oh, das ist gut! Oh, das ist gut! Merka! Und da bist du wieder. Ah! Bist du da? Ah! Oh Gott! Oh Gott! Was hat passiert? Was hat passiert? Ich war doch der Auswahlwählte. Ich hätte die Kuh in alles zurückschießen können auch gerade. Oh Gott! Oh Gott! Na genau gerendet? Ich werde mich nicht entschauen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! was sind leute ausgeregnet das ist mir so und das heißt ich kann alles erstmal weg mal an genau aber da war es weg so schnell geht es befreulich ich habe dich ich würde weggehen gitarren solo ich will ranger thema schließt sich uns an wir wissen schon was wir tun wir wissen was wir tun aber im grunde genommen wissen wir es nicht wir schaffen ja wir haben genug macht vielleicht nicht genug geld aber genug macht nein einfach ausgeschubst ich kann ich mir an die herangehen mit meinem schwer ganz auch mit messerchen werfen das ist das was du immer machst ok und da kommt unser boss wahrscheinlich was man nicht sieht ich habe eine herrungenschaft vorgeschaltet ja ich auch da gibt es eine ausrede alter hat war denn Ich boxe den einfach weg jetzt erinnert mich an machete ja aber auch glaube ich und machete kills sagt mir gar nicht gesagt ich bin so dumm der mann das letzte level kämpfe amerika ihr habt keine heuse mehr über die zu amerika so läuft es nicht anders ja es ist es ist vielleicht wenn wir jetzt hier zum beispiel einige charaktere hier die referenz nicht kennt vielleicht bis hier ist ja schreibt sie die kommentare hier kommt viele charaktere voll von denen schon mal gehört aber noch nie irgendwie was geschaut hat wenn ich brauche habe ich von die hat ich weiß da ist ein film aber da habe ich noch nie gesehen gesehen haben ja so sollte was müssen und hier haben wir einen bus geht ok aber hat gemacht hat wenn ich immer treffen würde damit irgendwie der mietern den angebracht wenn mich näher daran ich werde mein tut dann auf ihn jetzt bin ich mal ein anderes weil wir immer noch wenn man auch man muss doch jetzt mal tot sein ich habe aber alle meine sachen na amerika jetzt ich bin auf einer granate ausgerutscht gestolpert 8 und 7 warum sagen wir es acht und dann sieben okay aber das war es für diese folge wieder ja das sehen wir uns aber nicht bei ihm und dann vielleicht noch acht wenn wir schnell doch doch Oh.